Heute ist das Motto Ministerium meets Ministerium, denn das Ministerium für Glück und Wohlbefinden ist nach Berlin eingeladen worden vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, um beim Tag der offenen Tür mit den Bürgerinnen und Bürgern in einen glücklichen Dialog zu treten mit vielen interaktiven Aktionen, mit Workshops, Vorträgen und dergleichen. Wir freuen uns auf zwei richtig schöne, spannende Tage und viel Spaß dabei. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020